Halle Berry hat mit Billy Bob Thornton zusammen beschlossen, wir choreografieren das nicht, wir gucken einfach, was passiert. Wir gehen einfach mal so drauf los. Was ich sehr weird finde, es gab keinen Stunt-Coordinator, also heute gibt es ja so Intimacy-Coordinator, die am Set sind und sagen, du, deine Hand kommt dorthin, deine Hand kommt dorthin, ist das okay für dich? Wobei es den Stunt-Coordinator bei der Sechs-Szene durchaus Sinn gemacht hätte. Aber mach weiter, ja? Entschuldigung. Und es ist für mich ein bisschen verstörend, dass zwei Schauspieler einfach wirklich sagen, die sind beide verheiratet gewesen und hatten beide durchaus Partner, die erstmal durchatmen mussten nach diesem Film, weil sie gesagt haben, okay, das ist doch ein bisschen doll, ein bisschen viel für mich als Partner jetzt zu ertragen. Aber gut, sie sind alle drüber weggekommen. Aber die Entstehungsgeschichte finde ich fast verstörender und schwieriger für einen Partner als die Szene an sich. Weil ich denke, what the fuck, du kannst doch nicht einfach sagen, okay, und dann go for it. Und wir haben keine Choreografie, sondern wir haben einfach zwei, drei Kameras.